So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored In der letzten Folge habe ich versucht einen Falkenangriff auf den Heino da zu machen, was so ziemlich schief gelaufen ist Darunter kann ich auch nicht, das heißt ich muss hier irgendwie es schaffen Die Geschichte hier zum Laufen zu kriegen Aber ich weiß ja nicht mal, da sind leere Tanks Yay Na, wo ist es? Da haben wir es doch Eine Rune ist da unten Und noch ein Artefakt ist praktisch direkt unter mir Alles klar War hier sonst noch irgendwas? Ne Ja, ab So einfach geht das Na Tja I, die ist da unten Scheiße Verflucht, ich will die Rune haben Wow Ich speichere mal eben ganz kurz, weil das was ich jetzt versuche gefährlich ist Ich bin gespannt, ob es funktioniert Scheiße, nein Ah, verflucht Hat man doch den Schwung mit Ich dachte vielleicht Ist es nicht so, aber ich will die Rune haben Verflucht Kann ich die nicht irgendwie anders Kann ich da nicht irgendwie anders rankommen? So, erstmal darfst du dich hier jetzt öffnen Vielleicht gibt es unten ja einen Ausgang Die Hoffnung stirbt zuletzt Und deswegen Zack Alter Schieb ab Stinkendes Etwas Zack Nochmal schön durch Was ich interessant finde, man hätte auch einfach seine Ausrüstung liegen lassen können Aber die ist ja eigentlich relativ gut Mit meiner Aufgepowerten Ähm Armbrust und mit der aufgepowerten Pistole und so Eine Wahl Das hatten wir auch schon Klingt abartig hier gerade Verarbeitung von Wahlöl Ja, ich denke mal die meisten Bücher kennen wir jetzt auch Na, wo kommt die olle Tuse Da ist sie ja Oh Kein Sound beim Schießen, was? Alter Schiebt ab Ihr stinkt Bam Schön liegen bleiben, alter Schwede Zack Armbrust Das gehört mir So sieht es aus Gerade Trophäe hier bekommen Ups So, hier ist noch ein bisschen was Nützliches Amana-Edex hier Scheiße Hab ich das voll verwechselt Ups Ja, das wollte ich nochmal zumachen Und ein Glück Wir kommen doch noch an die Rune ran Alter Alter Geil Und die Rune gehört uns Blutdurst Eine von fünf Runen gerade mal Tödlicher Schwarm kann ich aufrüsten Windstoß kann ich verbessern Deportieren kann ich auch Blutdurst Blutdurst hatte ich bisher einmal Das bringt irgendwie gar nichts Das ist nur, wenn man sich durchmetzelt Alle wären zu Asche Gesundheitsregeneration Ich glaube ich Besser mal den tödlichen Schwarm auf Kann Gegner töten Indem er sie gegen Wände schleudert Das ist natürlich geil Windstoß Stufe 2 Alter Ziemlich tiefes Wasser Hier Boah Ein so ein stinkendes Scheißvieh hat da überlebt Oder was Bam Hab ich's doch noch erwischt Hier Alter Ja ihr denkt doch nicht Dass ich euch jetzt noch entkommen lasse Hier Alter die sind unter den Steinen verschwunden Oh warte mal Da fällt mir gerade was ein Hier war doch irgendwo Wo waren denn die leeren Fässer noch gleich Ach egal Schaffe ich auch so Granate Alter Alter Wow Scheiße die Viecher gehen mir ein bisschen auf den Sack Ah was Da sind auch noch welche Hä Bam Die sind ja mal derbe nervig Schon wieder hab ich so nen Dreckstrank genommen Ich will doch nur nachladen Na du Ach nochmal Schön durchmetzeln hier Ah ok mit F kann man nachladen Toll Klasse Das hat nichts gebracht Scheiße Das war einfach nur sinnfrei Tja passiert mal Ich will allerdings Uh Exklusivgeschossen muss ich auch nochmal ausprobieren Na sind wir ein bisschen tot Gut Wo geht's denn hier lang Hier lang Nein Nein Das ist verschlossen Scheiße Alter ich weiß nicht mehr wie ich zurückkomme Ach nee Moment Kam ich nicht Toll Hier wäre auch so ein Dispenser Ding gewesen Ach ja Genau Na Willst du wohl Geht doch Ja ja So war das So läuft das Ach Die Tür kann ich jetzt nicht öffnen Toll Nein Zeit verlangsamt möchte ich auch nicht Ich möchte mich teleportieren Und ich möchte wissen Wer die alle hier ermordet hat Gekillt hat Ich meine das hätte ich sonst übernommen Aber Trotzdem Wer war das Klatsch Erstmal durch den Kopf säbeln hier Ach Fresse halten Oh Ganzen Stylish Da oben Na Schaffe ich Ein Headshot Bleib stehen Komm schon Geil Wie awesome War das denn Nice So Wo ist der letzte Einer ist noch übrig Oder Doch noch Zwei Der Hals Da ist Oh Da ist er Okay Kann er mal Kann er mal aufhören Sich zu teleportieren Die ganze Zeit Ja das bin ich Lecker 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 Ups Dahin wollte ich eigentlich Knochenartefakt 71 Meter Ne Kein Bock Zu weit weg Boom Awesome Bahnhofsschlüssel Needed Ach das hat Nia gesagt Bahnhofsschlüssel Da oben Okay Ups Nochmal ein bisschen Money hier einsammeln Oh Nicht ernsthaft Ich bin so ein Genie Ernsthaft Jetzt Ehrlich Jetzt Scheiße Schon wieder Fick dich Fick dich Am Arsch So ist mir jetzt Alles hier ein bisschen Zack Zu nervig Oh Feinde Armbrust Gut Zwei Schüsse gebraucht Nice Und tschüss Das hat er bestimmt nicht überlebt Hier soll Ja Da ist er ja Zack Ich will allerdings nochmal hier hoch Und nochmal gucken Oh cool Ein Bolzen Was es hier sonst noch so gibt Das Knochenartefakt wäre jetzt da drüben Och man Ne Knochenartefakte nur wenn sie in der Nähe sind Da habe ich jetzt keinen Bock drauf Ganz ehrlich Ganz ehrlich So Ab da rein Allerdings Bevor wir da reingehen Ist die Folge auch schon rum Deswegen Bedanke ich mich fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao